Die Passionsmusik gehört vor allem für viele evangelische Christen zur Fastenzeit, wie das Weihnachtsoratorium in den Advent. Unzählbar sind die Aufführungen von Bachs Johannispassion an diesem Karfreitag. Die meisten dieser Aufführungen nutzen Kirchenräume, wegen der Akustik, für die Bach ja auch komponiert hat, und weil eine Passion natürlich in die Kirche gehört, irgendwie. Und doch sind alle diese Aufführungen im Wesentlichen einfach Konzerte. Man zahlt dafür vorne an der Kasse, während die Musik läuft, lauscht man mehr oder weniger andächtig, am Ende wird applaudiert, wie in jedem Konzerthaus auch. Dabei hat Bach seine Passionen natürlich nicht als Konzertmusik komponiert, sondern als Musik für den lutherischen Gottesdienst, mit Gemeindegesängen und Predigt. Der bekannte englische Bach-Forscher John Budd hat jetzt die Liturgie einer solchen Passionsaufführung rekonstruiert und aufwendig aufgenommen beim englischen Edellabel Lynn Records. Oliver Zech stellt das Projekt vor. Leipzig, Nikolai-Kirche, am 7. April 1724, Karfreitag. Für diesen Tag hat der Kantor Johann Sebastian Bach die erste Aufführung seiner Johannes-Passion angekündigt. Die Bänke der Nikolai-Kirche quellen über von Menschen. Kein Konzertpublikum natürlich, die Gemeinde hat sich versammelt zum Gottesdienst. Um Bachs neuer Passionsmusik zu lauschen, sind die Menschen zusammengekommen. Und um selber zu singen. So beginnt die Johannes-Passion bei jeder der Aufführungen, die Bach selber leiten wird. Nicht wie bei modernen Konzertaufführungen mit dem großartigen Eingangschor Herr, unser Herrscher, vierstimmig zu singen von den ausgebildeten Sängern der Kantorei, sondern mit einem Orgelvorspiel, das den ersten Gesang der Gemeinde einleitet, da Jesus an dem Kreuze stund. Einstimmig zu singen von allen, die sich versammelt haben an diesem Tag in der Nikolai-Kirche. Was für Bach selbstverständlich war, die liturgische Einbindung seiner Passionsmusiken, ist verloren gegangen im Lauf der Jahrhunderte. Als die deutschen Romantiker Bach wiederentdeckt haben, im Anschluss an Felix Mendelssohn, da haben sie diese barocken Passionen verwandelt in romantisches Konzertrepertoire. Für eine singende Gemeinde war nun kein Platz mehr. Zwar hat die sogenannte historisch informierte Aufführungspraxis im Laufe der letzten Jahrzehnte Bachs Musik erneut wiederentdeckt und hat sie zurückgeführt in die Formen ihrer Zeit. Doch die wichtige Rolle der Gemeinde für die Aufführung der Passionen hat erst jetzt ein Bach-Forscher hörbar und nachvollziehbar gemacht. Der Engländer John Budd. Was ich mit dieser Aufnahme versuchen wollte, ist, die drei Stufen des Singens darzustellen, die man bei solchen Aufführungen in der Gemeinde erleben konnte. Solistisches Singen, mehrstimmige Chöre und einstimmige Choräle. Also das ist es, woran alle teilnehmen, der Choral. Alle singen das gemeinsam und zwar einstimmig. Auf der nächsten Stufe haben wir dann den vierstimmigen Gesang, Harmoniegesang. Da kommt die traditionelle Motette dazu, eine Form, die Bach aus dem 16. Jahrhundert übernommen hat. Jean was going right back to the 16th century. In pass e fantus est locus aeus, et in zion habitatio. Beide Passionen hat Bach so angelegt, dass sie münden in eine solche Motette. Das gibt den Passionen natürlich eine andere Form. Das Finale, wie wir es kennen und denken, das ist das Ende der Meditation oder des Konzerts. Im Gottesdienst fließt das bei Bach über in eine frühere musikalische Form, was der Passion einen anderen Charakter gibt. Nicht mit diesem vertrauten, lichtvollen Bach-Coral schließt bei John Budd, die Johannes-Passion, sondern mit einer in sich gekehrten Begräbnis-Motette von Jakob Gallus. Entnommen einem von Bach viel genutzten Neu-Leipziger Gesangbuch aus dem Jahr 1682. Tatsächlich, das ändert den Charakter dieses Finales. Und noch ist Bads rekonstruierte Passion nicht zu Ende. Der Priester und die Gemeinde haben das letzte Wort. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Es gibt dutzende Aufnahmen der Johannes-Passion auf dem Markt, davon viele gute und viele historisch informiert. Doch so wie hier hat man diese Passion wohl seit Jahrhunderten nicht vernommen. Mit aller Konsequenz führt John Budd die Musik aus dem Konzertsaal zurück in die Kirche. Selbstverständlich hat Bach seine Passion um den wichtigsten Teil dieses lutherischen Gottesdienstes herumgebaut. Am Ende von Teil 1 folgt nach dem Gemeindechoral eine Predigt. Zeitgemäß eine epistolische Nachlese aus dem Jahr 1720. Nicht auf der CD, sondern im Internet frei hörbar, auf der Seite des Labels Lin Records. Das alles wäre nun nicht mehr als verdienstvoll, hätte John Budd nicht so ausgezeichnete Musiker um sich versammelt. Das preisgekrönte Danidin-Konsort singt und spielt Bach zugleich klug bedacht und leidenschaftlich lebendig, Weltklasse. Gleiches gilt für die Solisten. Wer hätte gedacht, dass dies noch möglich ist? Ein Aufnahmeprojekt, das uns Bachs große Passion in wirklich neuem Licht erscheinen lässt. Oliver Zech hat für uns die Johannispassion des britischen Danidin-Konsorts gehört und mit dem Bach-Forscher John Budd gesprochen. Mehr Informationen zur Musik finden Sie unter wdr5.de.